Herzlich Willkommen zum Best-Off von Dorfers Donnerstag. Der Zufallsgenerator hat mich als repräsentativen Zuschauer der Donnerstag Nacht ausgesucht, um diese Sendung zu präsentieren. Begonnen hat die dritte Staffel mit einem sentimentalen Wiedersehen. Wieso zeigst du dein Buch jetzt her? Entschuldige, was glaubst du, wieso ich in der Sendung bin? Wieso, du hast mich angerufen und hast gesagt, du würdest mich gern wieder treffen, mit mir künstlerisch was machen und dann hab ich, also, ne? Freddy, wir können jederzeit künstlerisch was machen, aber nicht in der Sendung. Ist dir das zu minder, zu blöd oder was? Nein, 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 ich find nur Fernsehen, sag ich mal persönlich, nicht so rasentspannend. Achso, du findest, aber für Werbung ist das gut? Nein, nein, es ist alles okay. Ich weiß genau, was du denkst und die ganzen Kollegen, diese ganze Neidsgeschichte, weil ich eine Fernsehsendung hab und ihr nicht. Was da geredet wird die ganze Zeit? Nur weil ihr es nicht kennt. Und ich hab auch ein Buch geschrieben, nämlich die Kabarettakte. Wo ist jetzt das? Bitte, da. Da sind zwei Kapiteln über dich. Zwei Kapiteln? Du hast nie mit mir geredet über was? Ich hab mit deiner ersten Frau geredet. Und zehn Prozent Einnahmen kommen alleinerziehenden Müttern zugute. Da gibt's zum Beispiel eine sehr lustige Passage. Da steht zum Beispiel, du hast drei Jahre lang, drei Jahre lang hast du... Fredi, hör zu. Wir sollten reden über die SPÖ. Wir sollten wirklich reden über die SPÖ. Warum ist das so? Was glaubst du? Ein intelligenter Mensch... Ein intelligenter Mensch geht doch nicht zur SPÖ? Oder wird Pfarrer. Aber da ist es wurscht, nicht? Also... Ich versteh. Das heißt, der junge Mensch, der irgendwie vor der Berufswahl steht, sagt sich... Wenn ich religiöser will, geh ins buddhistische Zentrum. Ja. Und wenn ich mich unbedingt um die österreichische Arbeiterklasse kümmern will, wär ich Animator in einem kroatischen Ferienclub. Ja. Zum Beispiel. Wenn ich wirklich in die Politik gehen will, geh zur ÖVP. Du hast das beste Angebot, ne? Geld aus der Wirtschaft, ein Wille, ein Hitzing, du kannst kirchlich heiraten, nachher herumhuren. Du kannst eine Koalition bilden mit Nazi-Verherrlichern, kommst trotzdem in den Himmel und das ist das beste Angebot, oder? Man muss aber schon eins dazu sagen, es gibt eine Gruppen, die ist noch verheichelter, noch moralisch versiffter und verlogener wie alle Parteien zusammen. Aha, wer? Menschen, die mit dem geistigen Horizont eines Geografielehrers für Geschichte und Turnen jeden oben zwei Stunden uninspiriert einer Hocken runterreißen wie ein Installateur, nachher alle Sesseln abzöhnen und kassieren wie ein Bauer und trotzdem glauben sie sind Künstler. Ich bin so verspannt. Es ist ja so, dass die Schwierigkeit mit einem bestimmten Wirbel mit einem ganz gewissen Problem zusammenhängt. Wenn du zum Beispiel Nackenprobleme hast, Schwierigkeiten mit dem Schöpfer. Mit wem? Mit dem Schöpfer. Bei der Suppe, oder? Ich glaube, bei mir ist das mehr psychosomatisch. Weißt du? Aber auch politische Probleme können sich durchaus im Rücken festsetzen. Ja, das kenne ich. Zum Beispiel, ich habe unten bei den Bandscheiben eine Stelle, wo ich mir denke, das ist die Globalisierung. Ja. Der Irakkrieg zum Beispiel, der hat sich bei mir unterhalb von den Schulterplagen festgesetzt. Das ist ja amerikanisch. Furchtbar. Ich habe jetzt unendlich gelesen im Standard oder im Profil. Das ist wurscht. Aber ich glaube es war im Profil, die haben jetzt öfter so kleinere politische Artikel wieder. Ach so. Ja. Und da haben die geschrieben, das liegt am amerikanischen Schulsystem. Wieso? Ja, weil die die Allgemeinbildung viel zu früh abbrechen. Teilweise auch durch die Todesstrafe. Aha. Und deswegen? Ja, deswegen marschieren sie überall ein und wissen teilweise gar nicht, wie weit das weg ist. Na ja. Es kann ja durchs Fliegen sein, dass du nicht weißt, wo du bist. So. Bist du teppern. Haha. Du bist ein Stück. Was ist das, glaubst du? Feinstaub? Spritpreis? Demokratieabbau? Ich glaube, es ist Ausländerfeindlichkeit. Ist arg, oder? Dass Menschen zu sowas fähig sind. Verstehst du, warum Menschen so sein können? Es sind mehr die Einfacheren. Ja, leider. Es sind so Leute mit niedrigem Einkommen. Ja, ja, ja. Einfach? Nicht gescheitern. Übrigens, sie machen das großartig. Ja, sie auch. Ganz toll. Ich hab da Gott sei Dank keine Berührungsängste. Wo warst du auf Urlaub? Sardinien. Ist ein bissl teurer, aber du siehst nur Italiener. Also keine Franzosen-Schnösel, keine PFK, keine Oberösterreicher. Nur Italiener. So, Leute. Wo warst du? Äh, ich war in Kroatien. Achso. Ja, in Kroatien, wie soll man sagen, in Kroatien sind leider sehr viele Kroaten. Immer noch? Trotz dieses Krieges, ne? Ich hab's, ich hab's so diese unfreundlichen Gesichter. Diese Fussballträner-Gfrieser. Ja. Genau, genau. Diese unfreundlichen, ausgefressenen, fettigen, großbohrigen, grauslichen, arroganten, kroatischen Möhlerl-Pappen-Gfrieser. Weißt du, was ich mein? Mhm. Über Jahrhunderte gezüchteter, südosteuropäischer, genetischer Sondermüll. Gefühlsohr am Boden schaut unberechnet. Ich mein, zehn Minuten hab, da bleib ich gleich ein Stück heran. Na, Vorsicht, jetzt verspannst dich. Sendung Nummer drei der dritten Staffel war eine Sondersendung, die sich mit einem benachbarten Dritte-Welt-Land beschäftigt hat. Sie haben es erraten, es geht um Deutschland. Das Dilemma in Zahlen, 47.000 deutsche Gastarbeiter in Österreich, verständlich. Wer soll auch die Jobs sonst machen, die unsere türkischen Mitbewohner nicht mehr machen wollen? Ostdeutsche Kellner auf unseren Skihütten bedienen westdeutsche Touristen. Das ist für mich wirklich gelebte deutsche Wiedervereinigung. Deutsche Gastarbeiter in Österreich, unsere neuen Mitarbeiter Maschek, haben sich dieses Themas angenommen. Liebe Angelika, es freut mich so sehr, dass du jetzt Nummer eins bist und die ganzen Beideln geschlagen hast. Ich dachte, ich hätte die Wahl schon gewonnen, aber der Schröder, der rückt mir nicht von der Pelle und der Stäuber auch nicht. Jetzt wollte ich mal fragen, von Frau zu Frau, ob du einen Ratschlag hast, wie ich mit den Männern umgehen könnte. Natürlich, liebe Angelika, du musst sie nur bei ihrem Ehrgeiz packen, du musst schauen, dass sie gegeneinander Wettkämpfe machen, weil dann lassen sie dich in Ruhe und sie selbst bleiben auf der Strecke. Befolge diesen Rat, dann gewinnst du sicher. Sag mal, Schröder, wieso bist du noch in Brüssel? Hast du noch keinen neuen Job? Schröder, die Merkel hat gesagt, du bist ein Hasenfuß. Ach, die Merkel, die Merkel. Sie hat gesagt, du bist ein Trau-mich-nicht. Ach, ist mir doch schnuppe, was Merkel da labert, ist doch egal. Ich glaube dasselbe, dass du dich nichts traust. Ich bin ein Typ, sag's Joschka. Bei der G7 hat er den Zapatista aus Spanien, den hat er in die Fresse gehauen. Und den Arsch habe ich aufgerissen oder hochgegangen aus dem Fenster raus, ne? Sag's dir nichts mehr. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Du traust dich zum Beispiel nicht einmal hinübergehen zum Italiener, zum Berlusconi, da drüben sitzt er und ihm dreimal mit der flachen Hand auf den Kopf zu klopfen. Das traust du dich nicht. Macht doch, ihr Streithähne, macht doch eine Wette, wir richtige Männer mit Einsatz. Ja, wir machen eine Wette. Da traue ich mich alles wetten. Wenn da Einsatz stimmt, dann mach ich das, na klar. Da wette ich meinen Bundeskanzler, dass du dich das nicht traust. Na der Einsatz macht mal Sinn. Einsinn! Gackt! Gackt! Dachchen! Hallo! Dach! Wettschulden sind Ehrenschulden und deshalb bin ich jetzt der neue Bundeskanzler von Österreich. Und liebe Österreicherinnen, es ist aus mit der Gemütlichkeit. jetzt heißt es malochen und ran an die boletten nicht wahr fleischlaber holkiges wort so tschüssi beginnt die türen auf jenes rücken das in fluchttüren im bundeskanzleramt und passt du mir auf auf unser österreich der die merkel hat gesagt dass du ganz ein schlechter skifahrer bist und noch nie auf ski gestanden bist ja und wenn wir ein rennen machen würden dass du verlieren wirst du dich nicht einmal die schwarze piste hinunterfahren zu plätzen du war nicht nicht schiefahren kommt dann war die okpeio sondern geht der preis ich gehe jede welt nicht vorschnell als du gut dann machen wir ein rennen ja und der wiener der wiener takes it all ja bei diesem rennen erster obacht 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 ob jetzt so stärker bitte spielschulden sind ehrenschulden und wegen dem bin ich jetzt ihr neuer csu parteivorsitzender sie werden sagen ich bin kein waschechter bayer aber das stimmt so nicht am abend setze ich mich genauso gern wie sie mit einem glas oder wein zum fußballspiel und halte die daumen für bayern leberkusen christoph grisemann hat das schon etwas konkreter angepackt er hat die christophel grisse mission gegründet sehen sie selbst heil grüßeng ich darf mich kurz vorstellen vielleicht ich bin der keiler johannes aus kaufstein in tirol wohl wohl ich habe in tirol in kaufstein mehrere kandidatoren 10 kandidatoren in kaufstein richtig kandidatoren kette habe ich in kaufstein in tirol aber ist ja völlig wurscht tut ja nichts zur sache geht ja nicht um mich heute warum ich das sage mir geht es sehr gut ich habe sehr viel glück gehabt in meinem leben sehr viel glück und ein bisschen was von den glück machen die zurückgeben ich habe immer viel gespendet viel gespendet in der dritten welt für die nega und grippe und bis ich drauf gekommen bin es gibt noch viel ärmere schweine noch viel ärmere schweine die geht viel dreckiger als die nega unten nämlich die deutschen und da bin ich fangen ins elendsviertel nach düsseldorf zu einem projekt von dem aber wie hast du ja wie hast du der vogel wie hast du vogel mit dir langschein wie hast du vogel mit dir langschein der karl heinzböhm genau zum karl heinzböhm und wenn sich da sitzen im elendsviertel hockt er hockt er neben meiner hütten das dirkele mein mir hat das herz zu rissen ich sag's euch wie er mir angeschaut hat das dirkele mit seinen eigenen gell da wo fliegen drauf waren noch nie hat mich einer so lieb angeschaut wie das dirkele geh da habe ich noch gar nicht gewusst dass es blind ist das dirkele ich zeige euch jetzt einmal das dirkele kommt mit kommt mit zum dirkele das ist das dirkele gell der dirk den hab ich anopliert gell anopliert haben den nach kufstein da fünf euro hat die operation gekroschtet jetzt kann er wieder sehen jetzt sinkt doch wieder was gell sag einmal grischenk in die kamera sag einmal grischenk guten tag nicht guten tag grischenk hast du es er kann es doch nicht so gut grischenk kriegst du eine wurstig schau hmmm eine gute wurstig na schmeckt es? jawoll 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 hooo jawoll 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 war jetzt ich da bisschen lust auf deutschland und ich habe mich entschlossen mich vor ort wie es schon heißt kundig zu machen in bayern bayern wird ja nächstes jahr an Österreich angeschlossen. Das hat Vorteile, weil dann hätten wir endlich mal eine Fußballmannschaft, die diesen Namen auch verdient. Und die Bayern wären im Ski-Weltcup nicht mehr nur Exoten. Ich würde sagen, ich begebe mich auf den Weg. Viel Spaß mit dem Publikum. Alles Gute hier im Audimax. Wir sehen uns. Hier sehen wir eine typische Fußgeneration in Paderborn, Ulm, Kassel oder München. Hier lassen internationale Konzerne sehr billig produzieren. Zum Beispiel H&M. Deutsche Kinder nähen T-Shirts für den fernen Osten. Gemäß dem Satz für Kinder von Kindern. Schauen wir weiter. Unfassbare Armut hier in Deutschland. Sogar die Lebensmittelfarbe für die Würste ist nicht mehr vorhanden. Und dieser einfache Wein hier, aber ehrlich, ist das, was man in Österreich unter dem Namen Heckengasher kennt, wenn man einen spontanen Krankenstand braucht. Die entscheidende Frage bei Schwellenländern wie Deutschland ist natürlich auch, wie steht es um die Menschenrechte? Wie wird mit Minderheiten verfahren? Wir haben ein Mitglied einer solchen vor die Kamera gebeten. Gutfried, hast du Zeit für ein Interview? Bayern wird angeschlossen an Österreich. Was wird sich da verändern für dich? Anschluss. Anschluss, das würde ja bedeuten, ich könnte mein Privatfernsehen mitnehmen. Das ist ja etwas, was wir uns in Österreich nicht vorstellen können. Trotz dieser Schwellenlandcharakteristik hier gibt es hier ein Privatfernsehen. Ja, bei euch ist es total anders. Bei euch ist es ein bisschen, glaube ich, wie in Kasachstan, nur nicht ganz so liberal. So, und wie geht es dir jetzt unter dieser rot-grünen CSU in Bayern? Man muss sich das vorstellen, die CSU in Niederbayern, das ist also gleich neben dem Müllviertel, in Niederbayern runtergerasselt auf 57 Prozent. Das muss man sich vorstellen, 57 Prozent, die CSU, damit die sich zur Splitterpartei avanciert. Ich meine, mit einer solchen Partei einen Anschluss machen, das ist doch unmöglich. Da hast du nicht mehr Platz auf der Namensliste vom Haider. Na, was mir so gefällt, in Österreich ist alles schon so zivilisiert, so glatt, aber da ist es möglich, dass sich der Bundeskanzler vor der Fernsehdiskussion nach der Wahl immerhin aussauft. Das gefällt mir, das ist ja ein bisschen wie in der Ukraine. Nein, nein, dass sich Bundeskanzler besaufen, das haben wir eigentlich bei euch Österreichern gelernt, und zwar explizit beim Bundeskanzler Fiegel, der damals die Russen so lange unter den Tisch gesoffen hat, bis die aus dem Land waren. Und das hat der Schröder mit der Merkel versucht. Das ist nur der Fiegel, der hat es mit den Russen geschafft. Das Thema der vierten Sendung war die Beeinflussung von ORF-Informationssendungen seitens der Politik oder der ÖVP. Also absolut irreal, absolute Science-Fiction. Wenn Sie also glauben, Riemen im November wäre trostlos, dann sollten Sie sich mal die Wiener ÖVP anschauen. Sagen Sie mal, Herr Dorfer, haben Sie diesen Text ORF-Intern von der Rechtsabteilung überhaupt gegenchecken lassen? Ja. Warum sagen Sie eigentlich nichts gegen den Herrn Häupel, den Michael Häupel, von dieser Wiener Hausmeisterpartei, dieser Psoffene? Nein, 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 Herr Kanzler, Sie wollen doch nicht etwa, dass ich den Herrn Moltra anrufe und gegenchecke? Nein, das muss nicht unbedingt sein. Ja, weil diese Schimpfereien in dieser Sendung, das ist wirklich nicht erlaubt. Herr Moltra, wir haben etwas vorbereitet, ein schwarzes Telefon, das sogenannte Moltofon. Ein Telefon, das in jeder ORF-Sendung steht. Bei uns ist es halt sichtbar. Wenn Sie also Probleme mit den Inhalten unserer Sendung haben, rufen Sie einfach an. Wir nehmen Rücksicht darauf. Willkommen, meine Damen und Herren, zu einem heutigen Vortrag zum Thema Information. Es wird um Information gehen, aber auch im Gegensatz dazu um Informationssendungen im ORF. Böse Zungen behaupten ja, es liefe das Projekt, wie viel politische Desinformation muss man bereitstellen, damit politisches Desinteresse sich einstellt. Das ist natürlich eine ganz böse Unterstellung, meine Damen und Herren. Herr Dorfer, Sie wissen ganz genau, dass ich mich immer stark gemacht habe für einen ORF, der frei ist von Einflüsterern der kleineren Regierungspartei. Naja, das BZÖ kann ja nur flüstern, weil Stimme hat es ja keine mehr. Herr Dorfer, Sie wissen ganz genau, was ich meine. Und wir werden ja sehen nächstes Jahr, wer noch im ORF vorkommt. Ob ich als Bundeskanzler in der Zeit im Bild oder Sie in einer wieder aufgewärmten Staffel der Dancing Stars, da können Sie dann Ihre Tango-Runden drehen mit der Lizzle Brokkop. Ein wesentlicher Punkt bei informationsähnlichen Formaten sind immerwährende Wiederholungen. Bei CNN zum Beispiel, dass überraschenderweise als Nachrichtensender gehandelt wird und an guten Tagen das intellektuelle Niveau von Konfetti-TV erreicht. Setzt man darauf. Das sind die Methoden des Privatfernsehens. Wir hier beim ORF arbeiten nicht so. Das ist auch gar nicht nötig. Im ORF gilt nämlich eine andere Taktik. Wir betrachten jetzt einmal dieses Foto. Dr. Pahl, inhaltlich, was ist hier wesentlich? Wesentlich? Herr Dorfer, ich muss Ihnen sagen, Sie sind eine richtige Sau. Aber Herr Kanzler, das haben Sie doch nicht gesagt, das ist mit der Sau, oder? Stimmt. Ja, manchmal spürt auch mir das Gedächtnis einen Streif. Dr. Pahl, ich komme nochmal auf Sie zurück. Was ist hier wesentlich von diesem Foto? An diesem Bild ist wesentlich der geteilte Torbogen links im Bildhintergrund. Daneben sehen wir einen Bogen, der seinen Scheitelpunkt an der tiefsten Stelle hat, somit aber nur eine normale Verneinung eines herkömmlichen Gewölbes darstellt. Das ist simple Ablehnungsästhetik, nicht weiter spannend. Der Bogen daneben verdient unsere Aufmerksamkeit. Er ragt zwar in die Höhe, aber er hat eine Delle in seiner Mitte, genau dort, wo der Schlussstein sitzen sollte, jenes Element der Konstruktion also, das dem Gefüge Halt verleiht. Ist es wirklich nur dieser eine Punkt, Dr. Pahl? Es ist eben nicht nur ein Punkt, an dem die Widerlegung von Stabilität stattfindet, sondern es ist eine Gerade, die in Ihrer lapidaren Schlichtheit gleichsam als mahnende Nulllinie unserer Idee von Ordnung Hohn spricht. Und sonst fällt Ihnen auf dem Bild nichts Besonderes auf? Nein. Ein Beweis dafür, meine Damen und Herren, dass wir Männer in diesem Punkt oft missverstanden werden. Die SPÖ eilt von Wahlerfolg zu Wahlerfolg. Keiner weiß warum, aber wenigstens Sie selbst. Sendung Nummer 5 hat sich dieser Frage angenommen. Ich habe Ihnen heute versprochen, dass wir Inhalte draußen lassen. Stichwort SPÖ. Früher konnte man Wahlsiege festmachen an Inhalten, Persönlichkeiten, Kampagnen oder Programmen. Das gilt nach den Siegen in der Steiermark und in Salzburg wohl nicht mehr. Darf er? Ah, grüß Sie am Ultra. Tolles Thema heute, gefällt Ihnen? Sehr gut. Wenn Sie ORF 1 privatisieren, kriege ich da eine Kochshow? Sehr gut, danke. Ja, alles klar, freut mich. Und wenn Sie was brauchen, ich habe da noch eine wöchentliche Show. So, darf er es Donnerstag, glaube ich, wenn ich da was sagen soll? Ja, also nicht mehr lange wahrscheinlich, aber doch, ja. Gerne. Sehen wir uns am Mittwoch bei der Truthahn-Dreibjagd. Nein, Vogelgrippe abgesagt. Alles klar. Alles Gute, wiederhören, grüßen Sie. Gut. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Kann nichts Wichtiges gewesen sein. Ha, SPÖ. Und darum SPÖ. Das war das große Problem der Kreativabteilung. Die große Herausforderung, die Challenge, wie wir zu sagen, wie bringt man keinen Inhalt ins Bild. Es ist auf jeden Fall so, dass die SPÖ jetzt eine neue Kampagne hat, nicht? Also das mit der besseren Zukunft. Ja, ja, ja. Interessanterweise ist aber auf diesem Bild Alfred Gusenbauer drauf. Also ist das vielleicht eine leichte Ironie oder was? Ich habe mich momentan auch nicht ausgekennen, nicht? Er stellt und sagt, für eine bessere Zukunft. Also was meint er? Er schaut irgendwie auch so, wie wenn er woanders hinschaut. Vielleicht hinten ein Schweinsbratal oder irgendwas? Ja, ja, ja. Jetzt ist es aber so, nachdem die SPÖ überzeugt ist, dass sie gewinnt, haben wir sicherheitshalber auch dafür einen Spot produziert. Und, haben wir jetzt gewonnen? Nein und ja. Na was jetzt? Nein oder ja? Na ja. Aha. Und was machen wir jetzt? Ja, wir reformieren das Land, damit wir uns nicht mehr genieren müssen im Ausland. Super. Wir schaffen Arbeitsplätze für die Jungen. Wir haben Visionen in der Kultur. Bildung soll wieder einen Wert haben und darf auch was kosten. Wir stellen die Frauen gleich in jeder Beziehung. Dieses Land soll wieder Initiator sein. Super. Na ja. Na ja. Jetzt, wo ich es so gesehen habe, ein bisschen zu wortlastig finde ich das. Ja. 2005, ein bisschen zu viel Inhalt, ein bisschen zu viel Content, wie wir sagen. Wir brauchen eine ganz kurze Geschichte, eine ganz kurze Bildgeschichte. Das Auskrimmende. Ja, ja, ja. Die SPÖ genauso zeigt, die Essenz, das war fein. Und darum SPÖ. Das Auskrimmende. Das war's für heute.